Hallo zusammen. Ein Corona Video mit einer Tasse Tee. Ja Corona Videos gibt es wahrscheinlich jede Menge im Moment. Ich bin ja erstmal da jetzt gar nicht mal so, weiß ich nicht, was soll ich denn sagen. Ich bin ja selbst in Quarantäne, weil ich war nämlich in Deutschland. Und das ist in Finnland ist das ein Hochrisikogebiet. Aber wenn ich mir das so anschaue, war es aber ungefähr vor einem Jahr. Wenn wir es vergleichen so, heute steht in den Nachrichten, Robert Koch-Institut stuft Chance als Hoch ein, sich zu infizieren. Die Bundesregierung gibt eine generelle Reisewarnung aus, also man soll nicht mehr reisen, VW-Werke schließen, die Bundesliga funktioniert nicht mehr. Unglaublich viel ist passiert innerhalb von einem Jahr. Vor einem Jahr haben wir uns darüber aufgeregt, dass die Kids jeden Freitag vor die Rathäuser gehen, auf die Straße gehen und sich für Leben in all seiner Vielfalt einsetzen. Für das eigene Überleben. Das war damals das Thema von einem Jahr. Großes Thema, auch bis vor kurzem noch. Ist auch immer noch Thema. Aber auf einmal haben wir etwas, was scheinbar ein größeres Thema ist, aus unserer Sicht, weil es schneller Leute hinrafft. Klimawandel rafft auch Leute ganz schnell hin, überall auf der Welt, aber halt nicht vielleicht so, weiß ich nicht, unkontrollierbar? Fragezeichen, weiß ich nicht. Interessant ist, dass wir auf einmal den Kindern sagen, jetzt dürft ihr aber nicht in die Schule gehen. Und jetzt geht es auf einmal um uns Menschen. Weil das Virus betrifft hauptsächlich uns Menschen, zumindest soweit ich weiß. Klimawandel, das betrifft alle Arten oder generell das Artensterben auch. Und da war es nicht okay, dass die Kids auf die Straße gehen oder nicht in die Schule gehen. Also und heute ist es okay, dass die Kinder alle nicht in die Schule gehen. Überhaupt nicht. Ich sage jetzt nicht, dass es falsch ist, dass die zu Hause bleiben sollen. Ich sage nur, dass damit zweierlei Maß gemessen wird. Und das ist nicht in Ordnung, denn wir brauchen ja die Arten, die wir gerade mit unserer Lebensweise ausrotten. Also wenn ich mir jetzt die ganze Corona-Geschichte mal ein bisschen von der anderen Seite angucken, lecker Tee, dann ist das eigentlich gar nicht mal so schlimm. Denn wir müssen uns ja ändern. Diesen Stopp, den wir jetzt haben, diesen Einschnitt, dass nichts mehr funktioniert, den brauchten wir ja schon vor 20 Jahren. Dass man sagt, wir machen keinen Unsinn mehr. Also zum Beispiel Kreuzfahrten. Ja, es ist schön und gut, weiß ich nicht. Das ist ganz toll, dass man das sehen kann. Aber da nimmt man sich auch ganz schön was raus. Oder auch viele diese Ferienfliegerei oder Autos. VW macht die Tore zu jetzt hier. Wir haben sechs Überlebensprioritäten. Das eine ist Essen, Luft, Wasser, Gesundheit, Schutz, also Unterschlupf und dann Gemeinschaft. Mobilität gehört da nicht dazu. Wir haben Beine. Dafür sind die Beine ja da. Also überhaupt diese Denkweise auf Entfernungen und Geschwindigkeiten, die über, ich sag mal, Muskelbetrieb hinausgehen, da sind wir ja schon an der Schwelle zur Nachhaltigkeit. Also es kann ja nicht nachhaltig sein, mit Fahrzeugen durch die Gegend zu kutschen, die schwerer sind als wir selber. Und die ein Netzwerk brauchen, was von fossilen Energien und Ressourcen abhängt. Kann nicht gehen. Kann nicht gehen. Glauben wir aber. Und das wollen wir das jetzt retten, die Wirtschaft retten. Humbug. Sollten wir nicht tun. Wir sollten das als unglaubliche Chance sehen. Neuanfang. Den brauchen wir nämlich. Wir brauchen dringendst einen Neuanfang. Und zwar weg von dieser korrupten Wirtschaft, dem Kapitalismus, der unsere Demokratie nämlich verarscht. Und was wir auch machen sollten, ist, wir sollten auf keinen Fall jetzt irgendwelche Panikgeschichten machen. Da haben wir nämlich gar keinen Grund zu. Ja, Haufen Klopapier kaufen die Leute. Über die Hälfte der Menschheit benutzt kein Klopapier. Überhaupt nicht. Weil nämlich Wasser viel sauberer ist, viel hygienischer. Und wenn man Wasser direkt benutzt, braucht man weniger Wasser. Hört sich komisch an, aber Klopapier in der Herstellung braucht ziemlich viel Wasser. Also, Wasser direkt benutzen, kein Klopapier. Vor allem nicht auf Bunker kaufen. So ein Schwachsinn. Was ich auch sehr schön finde, was ich als unglaublich tolle Möglichkeit sehe, ist, dass wir jetzt alle zu Hause sind und mal Auszeit haben. Ungeplante Auszeit. Und wir können nichtmals wegfliegen. Denn das erlaubt uns, uns mal mit unserer Nachbarschaft wieder ein bisschen zu verbinden. Also jetzt gar nicht mal die anderen Menschen, von denen wir uns jetzt zwei Meter fernhalten sollen, sondern Verbindung zu den Leuten, zu anderen Tieren, zu anderen Pflanzen, zu Pflanzen, zur Natur generell. Ja, Verbindung. Weil Naturverbindung ist das, was uns am meisten fehlt. Das ist die Medizin, die wir am meisten brauchen. Und was ich wirklich auch, ich kann es mir gar nicht besser ausdrücken, was ich so mir wünsche, dass wir das alle tun, ist dieses Werkzeug nutzen. Stopp-Werkzeug. S-T-O-P. Sit down, go on strike, stop what you're doing, thank, think, drink tea, observe. Ach, ich muss das auf Deutsch machen, stimmt ja. Also, hinsetzen, das ist eine englische Abkürzung, hinsetzen, stoppen, was man tut. Ja, wenn man nicht weiß, was man tun soll, einfach mal Pause machen, nix tun. Kann gar nicht so falsch sein. Ein Umfeld schaffen, dass man denken kann. T, think im Englischen, denken. Und auch danken für mich. Denn wenn wir mit Dankbarkeit anfangen, wir haben so viel, wofür wir dankbar sein können. Wir sind nämlich, wir haben nämlich ein Dach über dem Kopf. Wir haben nämlich vielleicht Essen irgendwo, was wir essen können. Das geht allen Menschen nicht so gut wie uns. Ja, und ganz vielen anderen Arten geht es noch viel dreckiger als uns Menschen. Darf man nicht vergessen. Also, wir haben vieles, wofür wir dankbar sein müssen und können und sollten. Und Tee trinken vielleicht. Ja, O, orientieren. Welche Optionen haben wir? Welche Möglichkeiten haben wir? Und da haben wir unglaublich viele Möglichkeiten. Wenn ich zum Beispiel daran denke, was jetzt gerade jahreszeitmäßig in der Nordhalbkugel unterwegs ist, ist nämlich der Frühling. Und der Frühling ist ja so die Zeit, in der man im Garten sein sollte, in der man das Gewächshaus begrünt. Ist ja wahrscheinlich schon ein bisschen alles im Gange, aber da kann man noch mit reinhüpfen. Und diese ganzen Rasenflächen, die ein Rasenmäher brauchen und sonst nicht genutzt werden, da sollte wahrscheinlich eine Permakultur wachsen. Wir müssen nämlich unser eigenes Essen anbauen. Ihr merkt jetzt gerade, wenn man sich die Panikkäufe anguckt, die Leute haben auf einmal Angst, was ist denn, wenn auf einmal das Essen jetzt auch wegfällt? Was ist, wenn auf einmal das Internet zusammenbricht oder wenn auf einmal kein Strom mehr da ist? Wir sind so unglaublich abhängig von Systemen, die unglaublich zerstörerisch und unglaublich zerbrechlich sind und unglaublich komplex. Ja, sieht man jetzt ja auf einmal. Da sieht man es dann. Welche Möglichkeiten haben wir? Wir haben unglaublich viele Möglichkeiten zu reduzieren, zu reparieren, zu wiederverwenden, recyceln, sich wieder zu verbinden. Da haben wir unglaublich viele Möglichkeiten und einen riesigen Bedarf. Ja. Resilience Hubs, ich stehe hier gerade in einem ganz jungen Resilience Hub im Osten von Finnland, also ein Ort, wo wir versuchen, so hoch wie möglich auf der Nachhaltigkeitsskala zu leben wie möglich. Also ich bin jetzt seit August, lebe ich off-grid, mache meinen eigenen Strom, habe Wasser. Also es ist natürlich ein Luxus, aber das sind meine Möglichkeiten. Da muss jeder gucken, welche Möglichkeiten habt ihr selber. Also welche Möglichkeiten hat man, seine sechs Überlebensprioritäten nachhaltig zu decken? Darum geht es bei dem O. Welche Möglichkeiten gibt es da? Und dann nimmt man sich Monatschritte. Also jeden Monat einen Plan machen, deswegen immer am Vollmond. Das ist nämlich neutral und global. Vollmond ist, finde ich, sehr gut. Gibt auch so ein bisschen Distanz. Einen Plan machen, was mache ich den nächsten Monat, um da hinzukommen, meine Überlebensprioritäten nachhaltig abzudenken. Darum geht es bei uns. Es geht nicht um Corona, es geht nicht um Klimawandel. Es geht darum, nachhaltig zu leben im Einklang mit dem Rest der Natur. Und nicht nehmen, was uns nicht zusteht. Wissen, wie viel wir überhaupt nehmen dürfen. Wissen, wie viel wir überhaupt brauchen. Das hört sich jetzt an, als würde man irgendwie ein hartes Leben leben müssen. Das ist wirklich, dass man so gerade nicht stirbt. Weiß ich nicht, ob das so hart sein muss. Im Moment habe ich das Gefühl, die Schritte, die ich jetzt in letzter Zeit gegangen bin, um von einem normalen, sozusagen in Anführungsstrichen normalen Lebenswandel zu einem nachhaltigen zu gehen, diese Schritte, die haben mir nur was gebracht. Und das, ja, ich kann mich nur ärgern, diesen Schritt nicht ärgertan zu haben. Also das Risiko, diesen Schritt nicht zu tun. Das Risiko ist viel, 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 viel größer, als das Risiko, in einem ungewissen Bereich unterwegs zu sein, außerhalb der Komfortzone. Denn wo wir gerade sind, das ist eine Selbstmordblase. Da müssen wir raus. Müssen wir raus. Also Städte zum Beispiel. Glaube ich nicht, dass das so schlau ist, da zu leben. Und an diesem Wirtschafts-, an diesem Gewinndenken, daran festzuhalten, geht ja überhaupt nicht. Also P, einen Plan machen für den nächsten Monat. Schritte, die man erreichen kann. Kleine Schritte. Ja, ich bin innerhalb von zwei Jahren mit dem Fullmond, Fullstop von einem normalen Leben in einem normalen Haus, in Anführungsstrichen, ja, gekommen zu einer Lebensweise, wo ich viel, viel weniger von allem brauche. Und viel glücklicher bin. Ja, viel glücklicher bin. Und P, also echt positiv. Ja, in einer Überlebenssituation. Und wir haben eine Überlebenssituation. Nicht wegen Corona, nicht wegen Klimawandel. Das sind alles nur Symptome. Wir haben eine Überlebenssituation aufgrund unserer nicht nachhaltigen Lebensweise. Und in einer Überlebenssituation muss man positiv sein, sollte man. Genau. Und nicht an sich denken, an alle denken. Und ich wünsche euch allen alles Gute. Viel Spaß miteinander. Und passt auf euch auf. Habt euch lieb. Und denkt auch mal, dass andere Arten vielleicht wichtiger sind als wir Menschen.